Jetzt muss ich mir jedes Mal wieder dieses Oh, da ist es There it is, Leute, alles klar Alles klar, get ready Get ready Aber das Gute ist, dann kann ich pausieren Das Gute ist, oh Oh Leute, richtige Reaction Richtige 2 Stunden Reaction Jetzt einfach Let's go Hello and welcome to the official Xbox podcast I'm your host Tina Amini and we have a very special episode today As you can probably tell by the fact that I'm joined by Phil, Sarah and Matt Welcome And we're going to talk about some updates at Xbox We want to talk about game exclusivity We want to talk about Activision Blizzard Now that they're part of our portfolio How that might be an impact on Game Pass And we want to talk about hardware too And how all of this fits into the strategy at Xbox So where should we start, Phil? Well, when we originally had planned for the show Starting back in December I think we probably would have started with Activision Blizzard Maybe talked a little bit about the exclusivity With some of the news coming up and then hardware But we've had some unforeseen news that has come out So let's just go and tackle the exclusivity question Because I know it's on the minds of a lot of people We hear from the community and that's an important input for us So we've made the decision that we're going to take four games To the other consoles Just four games Not a change to our kind of fundamental exclusive strategy It is We're making these decisions for some specific reasons We make every decision really with the long-term health of Xbox in mind And long-term health of Xbox High-five See-off-heaves, Pentiment Und dann was noch? So was ist das Viertel? Redfall We're always looking to learn as a leadership team And to grow Ich würde so lachen, wenn das vierte Redfall ist For us to use what some of the other platforms have right now To help grow our franchises So we're going to do that So these four titles What are they? Redfall ist an sich auch Live-Service I'm not going to name those games The teams that are building those games Have announced plans That are not too far away As we know, game teams put a lot of energy Into their announcements with the partners So I don't want to take anything Away from those teams So I won't be talking about the titles specifically But I think when they come out It'll make sense Bro, wir wissen doch Dass es zumindest Hi-Fi Rush und Sea of Thieves sind Sag es doch einfach Ich hoffe, er sagt zumindest Das und das ist es nicht Weil wenn du jetzt Leute noch weiter spekulieren lässt Das ist doch genau das Gegenteil Was du irgendwie haben möchtest Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield or Indiana Jones Okay, Phoenix and Stars What was the criteria in how the team was thinking about selecting those four titles? Let me start a little bit outside of that And then I'll get to the four specific games that we're talking about right now Because the fundamental decision driver for any decision that we make Anything we're going to talk about today Is the long-term health of Xbox That we're running a growing platform That is reaching more players That our games are having as much success as possible And I do have a fundamental belief That over the next five or ten years Exclusive games Games that are exclusive to one piece of hardware Are going to be a smaller and smaller part of the game industry And that's not some great insight Because if you look at the last ten years And what the biggest games are today It's a natural place Whether it's one console and PC Multiple consoles Mobile console and PC You see big games landing on multiple platforms Es ist halt wichtig Nur dann zu sagen In welchem Zeitraum das passieren wird Weil Sony macht das ja genauso Und dass die Sachen zumindest auf dem PC rauskommen Ich glaube es wäre jetzt halt nur wichtig zu sagen Vor allem den Leuten Weil ja, ihr bringt die ganzen Sachen auf dem PC Und gleichzeitig auf dem PC raus Aber wenn ihr Viele der Spiele Vielleicht noch auf der Playstation 5 rausbringen solltet Ist halt was anderes Als Sony Die dann Eigentlich praktisch auch Alle ihre Ihre First-Party-Titel Mittlerweile auf dem PC rausbringen Nur Mit jetzt eben Helldivers als Ausnahme Wo es eben auch als ein Live-Service-Game Eben total Sinn ergibt Dass das gleichzeitig auf dem PC rausgekommen ist Das ist ja auch ein riesen Erfolg gewesen Deswegen Dass die Deren Spiele wahrscheinlich nicht auf der Xbox Irgendwie erscheinen werden Und ich glaube Das ist halt eine Sorge Die du denen Oder was heißt eine Sorge Aber dass du zumindest irgendwie Eine klare Linie hast Für die meisten Personen Das ist so in die ein oder andere Richtung Und das ist jetzt mehr dieses so Ja, es kommen die Weil an sich stimme ich ihm ja zu Aber du kannst da Du kannst da momentan eben noch sehr viel reininterpretieren Marathon kommt auf Xbox Ja, aber in dem Fall wäre es ja auch das Live-Service-Ding Ich rede jetzt halt mehr von den Von den großen Dass du Sony wird jetzt nicht Ihr God of War Auf der Xbox oder so rausbringen Aber jetzt zurück zu den Spezifischen So die Frage Auf diese vier Spezifische Titel Wir haben uns gesehen Gäste, die über ein Jahr Jahre alt sind Also sie sind auf Xbox und PC Seit ein paar Jahren Ein paar von den Gästen Gästen sind Community-Driven-Gäste Neue Gäste Die erste Iterationen Of a Franchise Die haben ihren vollen Potenzial Let's sagen Auf Xbox und PC Es gibt immer noch Verlust Franchise Die wollen wir natürlich Ich meine, das ist zum Beispiel Das ist jetzt auf jeden Fall interessant Weil Das rückt dann sowas wie Hi-Fi-Rush Nochmal ein anderes Licht Weil auf jeden Fall Live-Service ergibt total Sinn Das auf so vielen möglichen Plattformen rauszubringen Wie du es eigentlich kannst Aber einen Hi-Fi-Rush Jetzt auch auf Playstation und Switch rauszubringen Irgendwie etwas, das wir investieren wollen Das könnt ihr auf jeden Fall Hindeuten Dass dann mehr mit der Serie gemacht ist Dass wir vielleicht Irgendwann einen Nachfolger Zu Hi-Fi-Rush Kriegen Oder irgendwas Irgendwas irgendwie in dem Universum Spin-Off oder sonst was Und da Scheint dann ja die Taktik zu sein Okay, wir wollen das Auf anderen Systemen Später rausbringen Damit die Leute Das dann spielen können Ne, weil das ist ja Hi-Fi-Rush Da wissen sie, dass sie Ein hervorragendes Spiel haben Und wenn dann Der Nachfolger rauskommt Das, ne Und dann, oh Es kommt zuerst auf dem PC Und es kommt zuerst Auf der Xbox raus Dass du dann vielleicht Leute hast, die du Ne, nicht irgendwie Auf die Plattform Als Hauptkonsole rüberziehen kannst Aber vielleicht eben die Dass das dadurch Die Brand attraktiver ist Dass dann mehr Leute Eben wissen, wie gut das Spiel ist Das kann ich Kann ich mir Taktisch eben schon vorstellen Wenn du das bei solchen Titeln Belässt Also Sea of Thieves Was ist das andere Community-Driven Spiel Was Microsoft hat Was nicht auf Playstation Und Switch bisher rausgekommen ist Ist das Redfall Grounded? Oh, Grounded Stimmt Grounded kann sein Grounded Ne, Elder Scrolls Online Ist ja enthalten Ja Grounded ergibt wesentlich mehr Grounded ergibt wesentlich mehr Sinn Ja Tatsächlich Müssen wir mal Weil Redfall Hätte ich gedacht Das wäre Da rein zu investieren Weiß ich nicht Ob sich das irgendwie lohnt Ne, Forza Forza wäre insane Das ist Das wäre als ob die jetzt Halo Infinite rausballern würden Es geht ja nicht um eine Finanzspritze Microsoft hat keine Finanzspritze Es geht darum Dass wenn du das Spiel Auf einer anderen Plattform rausbringst Mehr Leute das spielen Mehr Leute darüber reden Und so die Die Marke Also dass das Spiel an sich Eben auch ein bisschen Mehr Aufmerksamkeit bekommt Und wenn dann der Nachfolger Rauskommen sollte Und der erstmal wieder Ein oder zwei Jahre exklusiv Auf der Auf Xbox PC sein sollte Dass du dann eben Mehr Leute hast Die sich da direkt eben holen Oder dann eben auch Die Plattform da Ne Auch die Marke Und die Brand an sich Auch Game Pass Und alles mögliche Eben attraktiver ist Das ist so der Der Approach Ob das Ganze dann Dann gut aufgeht Und funktioniert Das ist natürlich Eine andere Sache Die High-Fire-Russian-Pentiment Dann ja Das ist einfach Plattform-Exklusives Und all der Fanfare Das geht um Around das Aber Games Das unsere Teams Really wanted To go build Das wir love Supporting Creative Endeavors Und We love Supporting Und As sie Realize Their full Potential On Xbox Und PC Wir sehen An opportunity To Utilize The other Platforms As a Place To Just Drive More Business Value Out Of Those Games Allowing Us Games Like That In Our Portfolio And When We don't Damage Xbox And We Can Grow Our Business Using What Other Platforms Have To Help Us With That We're Gonna Do That And That's Really The Story Behind These Four Games And Last Thing I'll Say Looking Forward I Think There Are There Is An Interest Story For Us Introducing Xbox Franchise To Players On Other Plattform Ich Meine Es ist ja nicht so, dass das noch nie passiert wäre So, die Ori-Spiele sind auch auf der Switch rausgekommen Und es kann auch sein, dass dann zum Beispiel, ne, das, äh, weil bei Ori ist es meine ich so, dass du auch dich dann mit Xbox Live oder so da drin anmeldest oder beziehungsweise auch Xbox Achievements über die Switch-Version holen kannst und das kannst du dann auch mit einem Hi-Fi-Rush oder so machen, ne, und dann sind, dann hast du auch mehr Leute, die dann vielleicht schon mal irgendwie so da, da drin sind in dem, ne, einfach so ein bisschen mehr, dass das Ökosystem irgendwie fühlen. Also ich kann den, ich kann den, ähm, äh, den, den Approach auf jeden Fall verstehen aus der Perspektive. Ich glaube aber, das, was sie hier halt so sagen, ist, dass die, die großen Heavy-Hitter, die wollen sie für sich behalten. Das ist dann eben so, ne, Starfield bleibt auf der Xbox-PC, Indie bleibt Xbox-PC, Forza, Halo, das bleibt Xbox-PC, aber so diese, ne, alles, was so in den Live-Service-Bereich reingeht und alles, was irgendwie diese, ähm, äh, kleineren, aber, sehr erfolgreichen Titel sind, äh, oder beziehungsweise, äh, sehr, sehr populären Titel sind, die kommen dann mit einem Jahr Abstand irgendwie noch auf anderen Systemen raus. Und an sich, hey, mehr Leute können dann Pentiment und Hi-Fi-Rush spielen, finde ich geil. Ich freue mich, ich freue mich für alle Leute, die dann demnächst hoffentlich noch irgendwie dieses Jahr Hi-Fi-Rush spielen können. Vor allem freue ich mich dann, wenn das Spiel nochmal so einen zweiten Win bekommt und nochmal Aufmerksamkeit generiert, weil Leute jetzt dann wissen, dass es geil ist, die freuen sich da drauf und dann, ne, entsteht da, entsteht da halt wirklich nochmal so ein Second Win da durch. So, das freut mich einfach für das Spiel. Das ist mir für Microsoft scheißegal. Also, ich finde das einfach dann nur cool, dass, dass, dass das Spiel mehr gewürdigt wird oder beide halt Titel und dass dann eben auch die Teams nochmal ein bisschen mehr, äh, Aufmerksamkeit bekommen. Und dadurch, wenn dann die Sachen erfolgreich sind, ne, ist es dann aus Microsofts Sicht dann auch gut, da irgendwie nochmal rein zu investieren und solche Titel eben mehr zu produzieren, selbst abseits vom Game Pass. Also, es gibt eine gute Brand-Value für Xbox da, so, 4-Games, no promise beyond that. So, if you're on those other platforms and you see these 4-Games coming, please don't take it as some signal that everything's coming. It's not, and we're going to learn. So, when you are thinking about the future and this concept of live-service games, games that can benefit from bigger audiences, new audiences, how does that apply to future Titel and how you're applying that criteria there? Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show, where we showed great games that are coming to Xbox and PC and Cloud, which really makes them accessible to, you know, hundreds of millions of people. So, it's this kind of, we're really focused on a couple platforms and what's going to show up there. But our key of play the games you want with the people you want, anywhere you want, when anybody plays, when everybody plays, we all win. These have been part of our strategy for years and will continue to be. Our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places, and how do we grow Xbox as part of that? Xbox is a hardware platform. Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a platform for the world's best creators. And then knowing that, how do we think about our first-party games and Game Pass? Yeah, well, to build on what Phil just said, one thing I would add, as you were talking about growth, it's just that we've sort of seen this inversion over the last five years, where it used to be that the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of tuck in within the platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any one platform. And that really has changed the way that we think about things. So, in the midst of all that, I think we, at first party, can come back to sort of some core principles. First, that all of our games will be on the Xbox-Platform. Second, all of our games will go into Game Pass on day one. And third, we know... That's is ja auch eine Sache, die ich mehrfach gehört habe, dass dann Leute meinen, oh ja, die ganzen Spiele, sie ändern dieses Titel, kommt zuerst, kommt day one nicht mehr in Game Pass rein. Das ist gut zu hören, dass das dann eben weiterhin der Fall sein wird. The Game Pass will only be available on Xbox. So, there's sort of starting points for us. As Phil mentioned, there are games today that you can play that only can be found on Xbox. And at the same time, we want to bring more of our games to more players. So, we're going to continue to look at that. Kind of moving aside, though, from some of those and thinking more about what does it really mean for the player, to me, the two key things are cross-play and cross-save. Those things allow us to deliver on the promise of Xbox, which is play with your friends where they are, play on the devices you want, play the games you want. So, that is really only possible at a practical level when you know that your saves and your player are going to be able to move across all those parts. So, not all of our games today are necessarily built to take advantage of that. There still will be some games that don't, as we bring more teams into the Xbox family, there's some catch-up to do as we get there. But that cross-play, cross-save is like so fundamental to what we're doing. And I think it's something that we as first party get such a good benefit from being so close to the platform. Yeah, absolutely. Ja, es klingt danach, dass der ... Roblox on Game Pass. Es klingt danach, dass der Approach für Spiele auf den Systemen, auf die Multiplayer-Titel sich fokussiert. So, natürlich könntest du jetzt dann irgendwie sagen, oh, ja, wir haben auch unsere großen First-Party-Marken wie irgendwie Forza oder wie irgendwie Halo. Aber das wäre ein solcher Genickschuss für die Brand. Also, weil gerade so diese großen drei, also selbst wenn das nicht mehr die großen Franchises sind heutzutage, wie sie das früher einmal waren, Halo, Forza und Gears, sind das trotzdem noch Titel, die eben mit der Marke Xbox eben verbunden werden. Und ich glaube, die würde man dann auch, egal jetzt, ob das jetzt ein Games-as-a-Service, Live-Service, Multiplayer-Ansatz oder so ist, dass das nicht rüberbringen. Aber wahrscheinlich auch alle neuen Sachen, die entwickelt werden, jetzt eben Sea of Thieves oder ich nehme mal an, ja, der vierte Titel wird wahrscheinlich eben Grounded sein, das auf den anderen Plattformen rauszubringen. Und da sehe ich jetzt auch nicht, dass wenn du ein Sea of Thieves oder so rüberbringst, ist, dass das irgendwie Xbox als Brand oder so schadet. So, vielleicht eher ganz im Gegenteil, wenn Leute sehen, dass das, ne, weil das scheint ja sehr gut zu sein. Das sind keine Spiele für mich. Ich bin weder an Sea of Thieves noch an Grounded interessiert. Von beiden Titeln habe ich aber von der jeweiligen Community einfach nur sehr Gutes gehört. Und das kann natürlich dann schon sein, dass es hilft, so ein bisschen mehr Leute darauf aufmerken oder zu zeigen, oh ja, da kommen irgendwie auch gute Spiele raus. Weil das, was eben dominiert, ist in der PR und ist eben in der Kommunikation momentan sind immer diese ganzen Failures. Oder irgendwie so, oh, Redfall, riesige Katastrophe, Starfield, jetzt keine Katastrophe, aber ist eben definitiv nicht dieser kulturelle Banger geworden, wie das jetzt ein Skyrim früher war oder so. Wo du so, oh, das große neue Bethesda-In-House-RPG, das neue Thor-Tower-Spiel, das, ne, vollkommen abgesehen von der eigentlichen Qualität, dass es trotzdem so ein bisschen den, den popkulturellen Zeitgeist irgendwie einnimmt. Und das ist eben einfach überhaupt nicht passiert. Und dann wird die ganze Zeit wieder ein bisschen mehr darüber gesprochen. Dann nennst du irgendwelche Sachen wie Sea of Thieves oder Grounded und das ist dann so, äh, nicht, nicht, nicht relevant oder so. Oder die kleinen Sachen wie ein Pentiment oder Hi-Fi-Rush haben dann weniger gespielt. Kann ich schon, gar nicht schon nachvollziehen, dass es dann irgendwie hilft, die, die eigentliche Brand zu stärken, während du dann die wirklichen Heavy-Hitter, großen Triple-A-Titel, aber auf deiner Plattform eben hältst. Das ist ein großes Ding. Das ist definitiv ein großes Ding. Und es ist all part of our commitment to make Xbox, the Xbox-Experience and the games that we build as widely available as possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy the fantastic experience. Seit wann haben wir, seit wann haben wir das erste Mal, was waren die letzten Zahlen, die offiziell waren? Weiß das jemand? Weiß das jemand gerade, was die letzten offiziellen, weil ich meine, wir haben das schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört, was die letzten Zahlen waren. Also das heißt, wir haben jetzt aktuell, das letzte war um die 20 oder so, weil 34 ist schon, ist relativ ordentlich. 34 Millionen aktuell ist echt ordentlich. Ich meine, klar, das ist unterschiedlich. Das heißt, du hast dann von Game Pass Core bis eben Game Pass Ultimate. Aber das ist eine ordentliche Zahl. Wäre sehr interessant zu sehen, was die Verteilung zwischen Konsole und auch PC ist. Aber 34 Millionen und Diablo 4 wird, glaube ich, nochmal ordentlich Leute ziehen. So, trotz der, ne, das ist natürlich die Hardcore-Fanbase, aber die haben das ja eh schon alle gekauft. Die fucking Hardcore-Fanbase hat das schon alles gekauft. Das ist jetzt mehr so für Casuals wie mich, wo ich dann so, oh, okay, jetzt kann ich eben auch dann, dann einfach mal in Diablo 4 reingucken. Und wenn sie jetzt nach und nach dann die restlichen Activision Blizzard-Sachen reinballern, ne, ich glaube, die werden das auch ein bisschen so gestaffelt machen, dass du da immer solche Ten-Poles setzen kannst. Aber das ist auf jeden Fall eine ordentliche Ankündigung. Amazing. Can we come back to the point? Phil, you mentioned at the top of this isn't really a change in strategy for us. Can you recap for me how it isn't? Yeah, and I thought... Ja, Pal-Word hat wahrscheinlich wirklich viele Leute reingeholt. ...we're doing an Xbox, where we're going. You know, if you take a platform-feature like Xbox Play Anywhere, which has been a promise that we've made on our first-party games, that you can buy our game once, you're gonna get to play across Xbox and Windows. I think we're the only platform that does this. That makes it possible for you not only to play with your friends wherever they are, but to know that you actually have multiple entitlements to the games. I think that's a technology I'd love to see apply to more platforms. Shade on Sony. Double dipping. Yeah, I mean, that's I, I believe, by myself, I don't have to be able to do it. Because I, yeah, I have the Microsoft-eigened things I have just in Game Pass. That's what's on PC and console. I have just about the Zugriff. But yeah, that you then the things on the one platform kaufs and then eben auch auf der anderen theoretischen Spielen wechseln kannst. Klar, du musst es dann über die Microsoft-Store machen. Du kannst jetzt nicht irgendwie auf der Xbox ein Spiel kaufen und dann bei Steam irgendwie freischalten. Aber es ist, äh, es ist, es ist definitiv, ähm, ne, ne Sache, die, äh, die eigentlich sehr gut ist. Ich mag ja auch, dass, äh, äh, die, die Tatsache, ne, das Smart Delivery finde ich ja an sich angenehm. Das Problem ist einfach nur wieder da, der, der physische Markt. Äh, ich, ich hoffe, ich hoffe, zu dem Aspekt wird noch irgendwas gesagt, weil das ist für mich einfach die größte Sorge mit der ganzen Marke. Um, but it is this view that people are gonna play Xbox in multiple places. Um, whether it's play the games you want with the people you want, anywhere you want, whether it's content community in cloud, whether it's when everybody plays, we all win. Like, we've had different taglines, different strategy, uh, kind of words that we've used, but always with this view that Xbox is a platform for creators who want to reach the most players. Um, our investments in xCloud, our investments in franchises like Minecraft and now Call of Duty and other large franchises so that we learn how to build those. This has been a strategy that we've been on for, I'd say, a decade. Uh, it's not about one device. It's not about games in service of a device, but rather the devices that people want to play on should be in service of making the games as big and popular as they possibly could be. Because really, a healthy creator community on Xbox, a healthy creator community in gaming all up is the thing that all of us as game players should be voting for because that's the thing that would lead to the best long-term success and growth in this industry. And my understanding just from listening and learning from you three, um, over the past few weeks, just understanding what's happening with Xbox is that we see trends with player behavior where people are playing on multiple devices. That is the reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation, we're one of the... Oh, lol. Ich meine ja auch, allein durch Minecraft. Und ja auch, die haben ja auch alle Minecraft, ähm, Spin-offs, die sie rausgebracht haben. Die sind ja auch Day-One-Multi-Plattform gewesen. Also Minecraft ist ja keine... Das gehört zwar, das gehört zwar Microsoft, aber ich glaube, das verbindet niemand wirklich mit Xbox, das ganze Ding. Das haben sie von seit dem Kauf auf für alle Plattformen einfach die ganze Zeit gleichzeitig geführt. Die größte Publisherer auf der Nintendo Switch, insbesondere wenn du Minecraft in die Äquation setzt. Und jetzt sind wir die größte Publisherer auf mobile Plattformen. Und das ist nicht etwas, das wir von wegwerfen wollen. Wir wollen fortsetzen, große Spiele zu bauen, die Millionen und Millionen von Leuten lieben können. Und das sie können spielen die Games wo sie wollen. Aber wir verstehen die Business-Success das Xbox hat zu haben. Us als leaders in this business, die System today, die System-System haben. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people to engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting Xbox in the best position. And our hardware is a critical component of that. The absolute best experience somebody has on Xbox is hardware that your team builds and that people play on. But that's not going to be everybody. We fully accepted that we're going to have Xbox players across all kinds of devices. So I think a lot of people think about 2023 as this incredible thing that we're going to have Xbox players was an incredible year for gaming. And in a lot of ways, it was. There were some really amazing releases that I think we all enjoyed. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year, some great launches, some of the games that I think will stand the test of time and people will be talking about a decade from now. But it's an industry that didn't really grow. And what happens when an industry doesn't grow? Then we just have to fight 10% of our employees. Yay! Oh, great games, but no growth. Woo! You end up with some job eliminations, which we had. We had even our own hard decisions to make about building a sustainable business for ourselves. But in no way were we alone in that. When you think about a healthy industry... Hey, hey, ne? Also Leute, denkt mal drüber nach. Nicht nur wir haben sehr viele Leute gefeuert. Auch jedes andere Studio hat sehr viele Leute gefeuert. Also wenn man das in dem Kontext betrachtet, ist das gar nicht mehr so schlecht. Ne? Wenn mehr Leute gefeuert werden. Das ist natürlich besser, als wenn nur wir diejenigen sind, die Leute feuern. Ja, das ist dann halt der größte Bullshit. Aber das ist halt auch das dahinter stehende System. Das ist der ganze... So sehr ich das natürlich dann jetzt auch den einzelnen Personen anhaften will, aber das ist leider eben auch das kapitalistische System, beziehungsweise eben das ganze Shareholder-System, was verbrannt gehört. Das ist dann wieder... Das ist dann wieder... Das ist dann wieder ein paar Jahre zu sein. Wenn du siehst, die AMD-CEO, sie sagen, AMD-POWERED CONSOLEN sind in 2024. Ich denke, da sind ein ganzer Today, there's really two choices on how do you grow the industry. Do you say, I have a fixed number of players, the players that we have today, and do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have? Or do you think about how do I expand the business I have by finding new players and adding those to the base of players that I play? To take money from. Our focus on Xbox for the last decade has really been on that latter point of how do we make sure Xbox is growing, growing for our players, growing for our creators, so those people are finding success on our platform, which will grow the Xbox business and put Xbox in a position to be very strong for years and decades to come. Matt, earlier you were talking about these growing gaming communities, how they're incredibly large and comparable on such a different level when we think about console audiences. Like you mentioned Roblox, you mentioned Fortnite. So how are we, we're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, I mean, two of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft, I mean, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those games, which is so great. I think, think about it, for the player community, it comes down to where are the friends, where are the people you play with, and then equally important is where have you built up your library games? Where's the, where have you invested? Where's that library? I think those two things probably are some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they choose to play. Yeah. When we think about, on the other side, the developer side, just any game developer wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to enjoy and participate in what you've made. And I think we're in a unique position to deliver on that, just because we are the platform, we build hardware, we've got a first party games group, and then we've got a system that ties that together, that brings together your friends, your progression, your achievements, all of that. And I think that's really what has contributed to the momentum behind some of these communities. Yeah, absolutely. I mean, when you look at, just step back, and you look at the history of the industry, we've moved from a place where it used to be that someone built and launched a game to accelerate hardware, to actually the things we do with our hardware and with our platform are all in service of making those games bigger. And we think about that across all of the investments we make, the consoles we build, the investments we do with things like cross-play, cross-progression, the things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators that can have the greatest success? I think one of the fun recent examples about this is actually Power World. You know, Power World was able to launch. They were a game preview. They launched in Game Pass. They also simultaneously launched in Steam. And through the combination of those things, you know, Pocket Pair was able to have this outsized success. Okay, jetzt langsam verliert sich das Ganze so etwas mehr an die Investoren gerichtet, als die Leute, die das spielen. We've got subscription, we've got retail, we've got free-to-play, we've got grand preview, we have the console, we have our experience on PC. And they can access all of those things. And when we step back and we just look at the performance of our platform all up, we know it's working. We're at the highest level of users on console, the highest level of users on PC, the highest level of users on cloud ever. We have double digit growth rate on PC and cloud, places where we're enabling creators to actually reach new players beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those things. So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games and those communities. What about the role that hardware plays for us as a business for Xbox? When we look at our hardware, it really is, and Phil said this earlier, it's where you get like the most flagship seminal experience of Xbox. And it also represents a developer target. Our developers can build the specs of our hardware and we invest to make sure they know when they do that, that the games are going to grow great on our hardware, but they're also going to be able to be accessed across any stream, any screen, because of all the other investments we make. So we're giving them an easy way to access as many players as possible. And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before by nature, thousands of them by nature of those investments. And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware that we're going to share this holiday and we're also invested in the new hardware. Can you imagine this? Hardware-ankundigung... Sondern einfach wirklich, hier, wir machen unser eigenes fucking Steam Deck. Wir machen eine, sei es jetzt eine Handheld-Xbox-Version oder wahrscheinlich eine Sache, die sowohl die PC als auch die Xbox-Titel in der Handheld-Fassung spielen kann. Pass auf, Xbox-Portal, ja? Stream your Xbox-Games anywhere. Das X-Deck. Die X-Plate. Das X-Pad. Oh, Xbox-Vita. Alter, Xbox-Vita würde ich so feiern. Xbox-Vita würde ich die Xita. Ich würde das so feiern, wirklich. Einfach ein richtig guter, dedizierter Handheld, der sich auch wie ein guter Handheld anfühlt. Und bitte nicht so ein Steam Deck-Geschisse. Sondern wirklich, was auch ergonomisch für Leute gut ist, die keine Mülldeckelhände haben. Bitte. Irgendwas mit Formfaktor. Das wäre auf jeden Fall, das klang halt nach einer Erweiterung. Das war nicht so, wir bringen eine neue Xbox raus, die jetzt einfach nur digital ist, weil das wäre halt keine Zielgruppenerweiterung. Das wäre einfach genau das Gleiche, was du jetzt schon mit einer Series S hast. Oder beziehungsweise auch das Gleiche, was du mit einer Series X irgendwie erreichen kannst. Aber so neue Hardware? Wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich ist es einfach nur dieses Cloud-Ding, was mal angekündigt wurde oder wo drüber geredet wurde. Das ist es nachher wahrscheinlich. Einfach diese Cloud-Box, dass du dann so deren Chromecast, den du einfach in den Fernseher oder irgendwo dran anschließen kannst. Und dann kannst du darauf die ganzen Titel streamen. Das wird es wahrscheinlich sein. Aber ich würde sehr gerne einfach noch mal auch ein Handheld von denen haben, der gut funktioniert. Finde ich nicht verkehrt. Und ich glaube, das wäre der beste Approach. Das wäre wirklich, weil wenn die Vergangenheit, die letzten Jahre, das eins gezeigt hat, ist, dass die Leute dir Handhelds aus der Hand fressen. Da ist einfach so ein Verlangen nach. Und das irgendwie so null zu nutzen, wäre ein bisschen blöd. Aber ich glaube, es wird einfach nur der X-Cast. ...next-generation roadmap. Und was wir wirklich focussen auf da ist, ist die größte Technikale leap you will have ever seen in a hardware generation, which makes it better for players und better for creators und die visions that they're building. Und dann, wenn wir talking about hardware, too, there's these other considerations that are really important to our community, probably to each one of ourselves, as well. Wenn wir, wenn du talk about library, because I want to dig in on that a little bit more. Retail. Retail. You know, as we talk about cloud in the wider entertainment industry, there's conversations about streaming. How is that impacting how I own my content that I've invested in? So what can we say about our stance around game preservation? Yeah, you know, one of the highlights for me of being in this position was getting to stand on stage when we announced BackCompat coming to Xbox One. Like, it was fantastic. People were reading the teleprompter before I could read it. I'm a slow reader. and just feeling the energy in the auditorium as we were saying that and online. You know, one of the cues, I think, us as being part of Microsoft take is looking at Windows and how Windows over decades... No, don't. Don't look at Windows. Fuck Windows. Maintained software compatibility with things that are built on it. Like, I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows from decades ago and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console because the line between what the hardware is and what the game is in consoles is traditionally... It's tighter, which makes compatibility... You end up doing these generational compatibilities that we've built. But I will say, compatibility, the ability to not only play the games, but my saves are still there with our cloud save systems to try to keep the services up as long as we can so that people can play is a tenant of what we are as Xbox. It's at our foundation. And when we look at future hardware generations and what we're going to support, making sure that we respect, which is the word I use, respect the investments that people have made in Xbox going forward is fundamental. And the fact that you get entitlements when you buy a game from us on both Windows and Xbox also means you have the ability to play that game across a multitude of devices, which I think furthers the compatibility of the games that you own. Can we go back to what Xbox stands for today? Kannst du einmal sagen, so hey, meine Sachen, die ich gekauft habe, gilt das auch in Zukunft für meine physischen Käufe? Werde ich auch auf der nächsten Konsole und den nächsten zwei, drei Konsolen in der Lage sein, meine fucking originalen Xbox-Spiele einzulegen, runterzuladen und zu spielen? Meine ganzen 360-Titel, alle meine Xbox One-Spiele, die ich physisch gekauft habe, alle meine Series-SX-Spiele, die ich physisch gekauft habe, werden die auch honoriert? Oder muss ich dann da einfach in die Röhre schauen und bin gefickt? Das kann man doch, das kann man doch einfach irgendwo sagen. Das kann man doch einfach irgendwo sagen. Ich weiß eben viel der Satz Retail, aber das war für den momentanen Zustand und zumindest in den USA, wo halt ihr größtes Hauptgeschäft ist, da wird das in den ganzen in den ganzen Stores momentan halt sehr zurückgefahren. Und dann haben sie ihre eigene Retail-Sparte eben gekillt. Und das ist so, weil da fühle ich mich jetzt eben einfach so ein bisschen, oh, bringt mir das noch irgendwas da rein zu investieren oder soll ich da? So, weil dann käme ich mir halt, ich meine, klar, ich kann die Sachen dann immer noch auf den alten Konsolen spielen. Das ist jetzt nicht das, nicht das größte Problem. Aber ich würde mir natürlich, ich würde mich natürlich dann ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich dann meine physischen Sachen nicht weiterhin nutzen könnte. Und auf der Playstation ist dann einfach so, ach nee, deine PS4-Disks, ja, die kannst du weiterhin, die kannst du weiterhin einsetzen dann auch in der PS6. Kannst ruhig, ja, kannst ruhig, Alter, kannst ficken schreiben. Ist hier überhaupt kein Problem. Das ist, das ist, das ist, das ist kein Ding. Also, du solltest mich das nicht nennen, aber wenn du einfach nur, einfach so als Ausdruck deiner, deiner Emotionen einfach nur Ficknase schreiben möchtest, gerne. Ich denke, wir haben alle die Elemente, aber wenn du es überraschst, für mich? You know, when you play on Xbox, what we're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform where you get to access Game Pass, and all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass day one. And you're playing on a platform that's dedicated to you, like player-first features, cross-play, cross-save, cross-progression, backwards-compatibility, being able to play your games in your library anywhere you want, because of the investments that we make in Cloud Gaming. And so you're playing somewhere where you're investing, and you know you get to take the games forward with you and across all of the screens where you are. And I think most importantly, Xbox, it's like where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful, so that they can invest more to bring even better experiences to you all of the time. Yeah, just that investment in the studios, and we feel that as part of First Party with the platform proximity, you know, it's kind of amazing now to look out across all the studios we've got. And just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. What does that mean for players? It means that the biggest games are going to continue to come to Xbox. And this 2024, the year coming up, we've got more than 10 major releases coming up. Great stuff. Hellblade 2, we've got Diablo expansion, we've got Avowed, ARA, the Indiana Jones game. And there's more in development, which I think we're going to be able to share more about at our June showcase coming up pretty soon. Also, ich meine, das ist fast, das ist ja fast alles durch den Bethesda-Kauf gewesen, aber, ne, wenn ich jetzt, wenn man zumindest jetzt sieht, okay, für 2024 gibt es tatsächlich große Releases von eben Xbox und PlayStation derweil, ja, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr einen Astro-Bot. Äh, ansonsten, äh, Third-Party-Support. Da bin ich echt mal, wie gesagt, ich hab das Video gerade heute erst rausgebracht, hab ich ja eigentlich alles gesagt, aber ich bin echt mal, ich bin echt mal gespannt, wie, wie die zweite Hälfte der PS5 aussieht mit Sony-eigenen Spielen. Ob da außerhalb von den, äh, Live-Service-Titeln überhaupt noch was kommt. Bei das nächste Naughty Dog-Spiel kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch, das wird entweder Cross-Gen oder ist dann exklusiv für die PlayStation 6, die, die nächsten Horizon, God of War, auch dann eben erst zum Start der PS6 garantiert. Und, so, Maxima, also das, was Sucker Punch halt noch irgendwie macht. So, der, ob es ein Nachfolger zu Ghost of Tsushima dann wird. So, ansonsten, bei den eigenen Studios, ich weiß jetzt gar nicht, wer da noch irgendwie dran ist momentan, was ist da noch alles von den, ne, gerade eben so in Bezug auf Titel, die in der, in der PlayStation 4-Ära das Ganze eben groß gemacht haben. Also, da muss wahrscheinlich auch wieder mehr auf Third-Party gesetzt werden, dass da noch so, ne, so ein Death Stranding 2, jetzt eben ein Rebirth, Stellar Blade und, und Rise of the Ronin. Aber so bei den eigenen Sachen. Days Gone, Days Gone ist abgesägt. Das hatten die ja, Sony war ja mit dem Spiel überhaupt nicht zufrieden, trotz eigentlich voll okayer Verkäufe. Ach so, ja, Hi-Fi, Hi-Fi Rush, Hi-Fi Rush finde ich. Also, Astro Bot ist mein Lieblings, mein Lieblings PS5-Spiel, aber Hi-Fi Rush ist besser. Also, well, I guess I should get ready to work on that show. Well, thank you all for showing up on the podcast today and we'll see. Nein, das sagt, das geht nichts gegen die Qualität. Ich glaube auch, dass, ne, Rebirth wird garantiert einschlagen wie eine Bombe. Stellar Blade wird ein Titel sein, über den Leute viel reden. Super viele Personen freuen sich über Rise of Ronin. Das auf jeden Fall, aber eben diese, diese wirklich eigenen Playstation-IPs, also, dass auch die IPs und die Marken sind, die Personen dann mit Playstation verbinden, nach hinten raus auch. Das ist eben die, die Sache, die dann irgendwie so in der Konsolengeneration wirklich, wirklich fehlt eigentlich. So ein Wolverine ist halt noch das, was wir dann bekommen, das wissen wir, in irgendwie 2025 oder so. Aber, hm. See the rest of you this June. Yeah. Thanks, Tina. Thank you. Ja. Ja, das, ähm, schreiben den die Leute rein. Ja, grounded, ja, ja, wahrscheinlich grounded, das auch. Ja, das ist auch so, hey, Backwards-Compatibility ist halt voll das geile Ding. Wäre halt schön gewesen, dann zu hören, dass vielleicht ein paar neue Sachen kommen, weil sie hatten ja gesagt, dass sie, dass es ja so beendet wurde, weil es jetzt keine Spiele mehr gab, die, ne, weil sie gesagt haben, wir haben das Ende erreicht, der Rest ist entweder wegen Lizenzen oder technischen Gründen nicht möglich. Aber dadurch, dass sie ja Activision gekauft haben, sollten wahrscheinlich irgendwie ein paar Titel zumindest Lizenz, äh, auf Lizenz-Ebene mehr möglich sein? I don't know. Es sind natürlich auch sehr viele, sehr viele generelle Lizenz-Spiele gewesen, so wie Spider-Man oder, äh, Transformers und sowas, die, äh, oder James Bond, die ja, ne, wo sie ja nicht mehr die Lizenzen dazu haben, dann müssen die für die Spiele auch nochmal nachgekauft werden, haben sie wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Aber ja, es war auf jeden Fall, also, nochmal um so ein bisschen zu, äh, kann ich hier mal so, so durchgehen. Also, Exklusivität ist halt genau das, was ich mir gedacht habe, also was ich auch eigentlich gesagt hatte, dass diese kleineren Spiele dann eben ein Jahr oder so später, Jahr oder zwei später rauskommen werden, ne, eben wie ein Hi-Fi-Rush und ein Pentiment. dass, äh, die großen Spiele erstmal auf jeden Fall exklusiv bleiben und dass die ganzen Live-Service, also, dass halt so Sachen, die so Live-Service, äh, fokussiert sind, ne, Multiplayer, dass die dann eben auf andere Systeme eben auch noch kommen. Es war auf jeden Fall ganz interessant zu sehen, dass wir jetzt auch, äh, für, für wenigstens Diablo 4 ein Datum haben, 28. März haben sie ja gesagt. Ich weiß nicht, ob sie das extra auch in den März gesetzt haben, damit man auch nochmal zu dem Zeitpunkt irgendwie was hat, während ja Sony jetzt, äh, die nächsten Monate Titel eben hat, die sie raushauen, dass man da auch nochmal so Diablo in den Vordergrund stellen kann. Ich bin mal gespannt, ob sie dann noch andere Activision-Blizzard-Titel zu dem Zeitpunkt rausbringen. Ich würde mal sagen, ja. Wahrscheinlich aber dann auch irgendwelche kleineren Sachen. Naja, dass dann vielleicht auch jetzt einen, einen Spyro oder einen Crash zu dem Zeitpunkt in den, den Game Pass dann kommen wird. Aber das, wo man sich halt marketingmäßig drauf fokussiert, ist natürlich dann, dann Diablo. 34 Millionen Game Pass-Abonnenten ist auf jeden Fall eine heftige Zahl. Würde mich mal sehr interessieren, wie viele auch über, über Perlworld halt, äh, hinzugekommen sind. Ähm, es ist gut zu wissen, dass eben, dass eben weiter in die Hardware investiert wird, ne. Es wird auf jeden Fall auch eine neue Hardware dann Ende des Jahres angekündigt. Ich gehe davon aus, es wird dieser Chromecast sein, diese, 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 diese Chromebox-X-X-Cast, dass man dann darüber die, die, ne, einfach so eine Box, die du für, weiß ich nicht, dann ein paar 50, 40, 50 Euro vielleicht oder so, das ist halt, die wollen es halt so günstig wie möglich machen dann garantiert. Dass du das Ding einfach an den Fernseher anschließt und dann kannst du darüber deine, deine Spiele streamen dann im Game Pass oder so. Und dass es einfach so eine Streaming-Game Pass-Box wird. Was ich hoffe, wäre natürlich dann in irgendeiner Form so eine, so eine Handheld-Version, dass du dann auch einfach die ganzen Sachen, die du dann Xbox und PC gekauft hast, darüber auch spielen kannst. Wird natürlich dann nur für Sachen sein, die natürlich auch dann, dann digital besitzt. Ja, und das eine, was mir halt weiterhin Sorge macht, so es wurde einmal kurz Retail genannt, aber das war nur bezogen auf die momentane Situation. Dass ja natürlich auch dann, ne, die, äh, Xbox Series X weiterhin, ne, hat halt ein Laufwerk. Das heißt, momentan kommen auch die ganzen Spiele dafür raus. Aber gerade dann zu sagen, oh, es ist so wichtig für uns, dass du dann investierst und die Sachen mitnimmst und bla bla bla. Aber das hat sich halt alles auf so das Digitale bezogen. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass es, dass es in der Zukunft dann, dann nicht noch irgendwie einen, einen zusätzlichen Fokus, was heißt Fokus, aber auf jeden Fall dann eben die ganzen Sachen noch, noch Retail eben rauskommen. Aber es macht mir jetzt keine Zuversicht. Weil Xbox ist eben die eins, das ist die eine Plattform, auf der, auf der physisch auf jeden Fall sehr stark hinterherhängt. Und Switch, in, äh, in Japan, was waren das, 60, 65, 70 Prozent der Spiele sind physisch, die verkauft werden. Ähm, das ist generell eine sehr starke physische Plattform. Ich glaube, bei Playstation sind es da irgendwie so knapp 50 Prozent oder so immer noch. So Xbox ist die Plattform, wo eben, ähm, sehr viele Sachen dann nur digital verkauft werden. Hast ja auch, die meistverkaufte Konsole von ihnen momentan ist halt die, die S. Die ist nur digital, das sorgt natürlich auch nochmal dafür, dass dann weniger physische Spiele eben gekauft werden, wenn der Großteil der aktuellen Konsolengeneration eben auf, auf einer, auf einer Konsole sind, die, die sowieso keine, keine physischen Medien dann eben, äh, lädt. Dass natürlich auch der Game Pass dafür sorgt, dass dann Leute die großen Microsoft-Titel darüber holen und nicht nochmal irgendwie separat kaufen. Ja, das, das, das führt das Ganze eben schon so in eine Position, wo es dann, ähm, ne, für mich immer noch vollkommen Unsinn wäre, diesen Markt an Leuten vollkommen abzustoßen. Weil das ist dann einfach so, Leute wie mich würdest du dann instant einfach sofort, sofort verlieren. Und die Leute, die, für die physisch, äh, für die physische Medien wichtig sind, das sind auch meistens eher, eher Leute, die, die was stärker investiert sind in das Ganze. Und da auch gut reinbuttern. Das heißt, da müsste man schon, also, das, das wäre, das, das wäre für mich halt ein ziemlich dämlicher Move. Heißt nicht, dass es, dass, äh, äh, dass so eine Firma wie Microsoft das nicht machen würde. Weil sie sind halt nun mal, das, äh, hat er ja gesagt, wir schauen auf Windows-Software-Unternehmen und bla, bla, bla. Und dann fokussieren wir uns da drauf. Dann müssen wir uns um den anderen Kram keine Sorgen mehr machen. Dann können wir uns, äh, auf, auf den, den Software-Teil irgendwie fokussieren. Aber für mich wäre das dann auf jeden Fall der Moment, wo ich dann sagen würde, okay, dann ist das, dann ist Xbox für mich eine reine Game Pass-Maschine und mein Hauptfokus außerhalb der, äh, der Exklusiv-Titel wird dann eben die, äh, Playstation sein. Was machst du mit den, was machst du mit den Retail-Spielen, wenn die Server offline sind? Äh, weiter die Titel spielen, so. Ich, äh, ich, ich weiß nicht, ob das, dass Leute schwer nachvollziehbar sind, aber ich spiele auch regelmäßig, äh, noch 30 Jahre alte Titel. So. Und ich habe dann gerne die, die Möglichkeit dazu. Und die Sache ist, selbst wenn die Server abgestellt werden oder so, äh, wenn du das, wenn du das physische Medium besitzt, kannst du auch da, dir basierend darauf eine eigene digitale Version machen. Und wenn du so weit in die Zukunft gehst, dann bist du in der Zukunft, wo die ganzen Sachen dann sowieso gecrackt sind und dann kann ich mir meine eigenen digitalen, äh, Sachen davon herstellen und darüber spielen. Und das ist gerade bei der Datengröße wesentlich angenehmer. Plus, ich mag es einfach, die Sachen zu besitzen. In der digitalen Version kann ich nichts anfangen. Eine digitale Version kann ich nicht verleihen. Eine digitale Version kann dich theoretisch auch nicht, auch nicht verkaufen. Weil, wenn ich dann zum Beispiel dann irgendwann sage, okay, dann, dann ist da mein Fokus weg. Dann, ne, so originale Xbox und Xbox 360 ist dann für mich immer noch relevant. Der Xbox One Series Teil oder so wäre mir dann vielleicht egal. Dann könnte ich halt sagen, okay, verkaufe ich den ganzen Kram. Das kann ich mit meiner digitalen Version nicht machen. Wenn ich dann jetzt, wenn ich alles digital aufgebaut hätte und würde dann sagen, ich wechsle jetzt auf ein anderes System, dann ist das, dann ist das nichts mehr wert. Dann kann ich damit nichts machen. Wenn ich eine physische Sammlung habe, kann ich theoretisch immer noch das Ganze, das Ganze eben an andere Leute verkaufen. Dann ist das keine leere Investition gewesen. Es geht nicht, es geht nicht um die, die Downloadgeschwindigkeit. Es geht um die, es geht einfach darum, die, wenn ich die, die Daten selber hier habe. Weil wenn irgendwelche Server abgestellt werden, dann kannst du auch nicht mehr auf deine digitalen Versionen zugreifen. Wenn die Plattform nicht mehr existiert, dann kannst du gar nichts damit machen. Es geht mir darum, dass wenn ich halt die, die physischen Discs hier habe, dass es da eine Möglichkeit gibt, eben auch eine digitale Kopie von zu erstellen. Und das ist zum Lagern wesentlich angenehmer, als irgendwie 8 Milliarden Terabyte an noch irgendwelchen Festplatten hier stehen zu haben überall. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Mit einer reinen digitalen Version, die DRM-gebunden an die Plattform ist, hast du überhaupt keine Möglichkeit. Da, wenn dann Sachen abgestellt werden sollten, zum Glück hast du ja bei den ganzen Plattformen momentan noch die Möglichkeit, die Titel runterzuladen, was aber auch teilweise ein absoluter Krampf ist. So, ich weiß nicht, ob das Leute mal versucht haben, alte Xbox-Titel runterzuladen, die nicht mehr im Store verfügbar sind. Oder auf der PlayStation. Du musst durch deine komplette Download-Historie gehen, bei Systemen, die so vernachlässigt wurden, dass deren Performance auf diesem Gebiet eine Katastrophe ist. Deswegen habe ich das zum Beispiel auf meiner Haupt-Xbox 360 vor einem Jahr oder so, oder anderthalb Jahren gemacht, dass ich meine komplette Download-Historie durchgegangen bin. und habe alles runtergeladen auf eine große Festplatte, was ich eben nur digital auch, was es nur digital gibt. Also, wo es halt nie eine physische Version von gab, um eben sicherzustellen, dass einmal irgendwie gemacht, und da habe ich irgendwie über einen Tag oder so dran gesessen. Und versuch das mal auf der PS3, auf der PS3 ist es halt noch nerviger, da musst du die Scheiße runterladen, dann musst du sie noch installieren separat. Das ist eine Katastrophe. Und da ist es dann wesentlich angenehmer, wenn ich einfach eine, auch bei meiner 360-Sammlung, das ist mir tausendmal angenehmer, die ganzen Sachen einfach physisch im Regal zu haben. Digitale Kopien davon kann ich mir jederzeit machen. Aber ich habe eben, ich habe die Wahl. Ich kann mir vor meiner 360-Disc eine Kopie machen und das auf meiner modifizierten Xbox spielen. Das ist für mich wesentlich einfacher, als dann irgendwie zu gucken, wo ich es dann wieder irgendwo herbekomme und dann draufzupacken und sonstigen Scheiß. Ich habe eben die Möglichkeit, damit zu machen, was ich möchte. Das hast du bei einer digitalen Version eben nicht. Das ist einfach, du hast, du hast, die Sache ist mit der digitalen Version, wenn du das machen möchtest, das ist ja vollkommen fein. Aber du hast literally keinen Vorteil, den ich nicht habe. Denkst du, ich kann nicht auf irgendwelche, eine gepiratete Version zugreifen? Ich kann nicht ja genauso drauf zugreifen. Ich kann alles genauso machen, plus halt noch mehr. Und das ist für mich einfach lieber. Wenn ich schon für etwas Geld ausgebe, dann lieber so. Wenn dir das egal ist, dann ist das vollkommen fein. Jo, Maximo, vielen Dank für das Abo. Vielen, vielen Dank. Ja, digital gebe ich, ne, deswegen, also digital, ich weiß nicht, ich glaube, es ist sehr, sehr selten gewesen, dass ich mal für ein digitales Spiel mehr als 30 Tacken oder so ausgegeben habe. Ich glaube, eine der wenigen Ausnahmen war letztes Jahr Bomrush Cyberfunk. Das ist mit 40 Euro gestartet. Also, Alan Wake 2, wenn ich das nicht als einen Key bekommen hätte, für die Review, dann hätte ich mir das wahrscheinlich auch nicht gekauft, erst mal. Dann hätte ich abgewartet, entweder bis eine physische rauskommt, oder ich hätte dann gewartet, bis es irgendwann auch in einem Game Pass drin ist oder, keine Ahnung, für so 10, 15 Euro oder so. Weil für eine rein digitale Version sehe ich es nicht ein, so viel Geld auszugeben. Weil ich einfach wesentlich weniger davon habe, als mit einer physischen Variante. Jo, sie hat was geht. Deswegen, weil ich habe immer das Gefühl, dass dann Leute manchmal denken, dass wenn du physische Medien präferierst, dass du halt gar nichts irgendwie digital machst oder so. Weil, also gerade auch die Leute, die ich kenne, die halt physisch halt richten, also die noch stärker da drin sind als ich, die halt richtig abs, also die auch sich gar keine digitalen Spiele kaufen, die halt wirklich auch nichts, also wirklich nichts kaufen, was irgendwie digital ist, das sind Leute, die von ihrer kompletten physischen Sammlung eine digitale Kopie besitzen auch. So das Erste, was die machen, ist, wenn die sich ein physisches Spiel kaufen, ist, dass einfach eine komplette Kopie da drauf ziehen. Aber ich meine, das wird ja auch immer anstrengender, wenn du da irgendwelche, so ich habe keine Lust noch irgendwie, Geld für eine Festplatte auszugeben, um 150 Gigabyte von Baldur's Gate 3 irgendwie permanent mir irgendwo drauf zu ziehen oder so. Da bin ich halt, da bin ich sehr froh. Ich habe Baldur's Gate 3, habe ich mir die Xbox-Version vorbestellt, die physische, und da bin ich sehr froh, dass das da einfach dann alles auf der Disc drauf ist. Ich finde es aber interessant, dass man für physische Versionen locker 60, 80 Euro raus hat, für Spiele digital ist man eher zurückhaltend. Ja, weil ich von den physischen eben mehr habe, deswegen. Und ich meine, bei den physischen kann ich ja genau, das heißt ja nicht, dass ich physisch alles dann zum Vollpreis kaufe. Ich meine, ich kaufe ja generell einfach nur noch das, was ich, was ich jetzt nicht irgendwie auf anderen Wegen irgendwie die Keys oder so dafür bekomme. Einfach, weil ich die Kohle dafür nicht habe. Aber ich kann ja auch einfach warten und dann irgendwas für, gerade eben auch im AAA-Bereich oder so, das fällt alles mittlerweile so, oder schon immer, fiel halt so schnell runter. Und dann hast du noch den kompletten Gebrauchtmarkt und alles dabei. Guck dir ein Ubisoft-Spiel an. Dafür Vollpreis zu bezahlen, das ist das Dümmste, was du machen kannst eigentlich, außer du willst die Sachen Day One spielen. Warte einfach einen Monat, dann sind die Sachen 60, dann sind die Sachen von 80 auf irgendwie 40 Euro reduziert. Und dann kaufst du nochmal Gebraucht und dann kriegst du das irgendwie für 20. Ja, wenn du keinen Platz hast, ist ja vollkommen fair. Aber ich meine auch, ich glaube, die meisten Leute haben jetzt auch nicht die riesigen Sammlungen, dass das irgendwie ein Problem wäre. Wenn ich mir die meisten Leute angucke, dann ist deren Spielesammlung passt locker in den Regal rein. So die wenigsten sind da so drauf wie ich oder Leute, die halt noch krasser irgendwie sind. Also ich habe hier eine physische Sammlung von irgendwo, ich müsste das nochmal nachzählen, aber das sind glaube ich, das sind so zwischen 1000, 1000 und 1500 sind es irgendwo. ist natürlich auch die Sache, wie wichtig einem das ist. Ich meine, ich kauf ja auch Sachen im Sale digital, wenn es halt wirklich ein günstiges Angebot ist. So ist es ja nicht. Aber da muss es halt schon sehr günstig sein. Oder bei Spielen, wo die physische Version bei Nischentiteln dann eine geringe Auflage eben hatten und die dann schon, die nie wirklich gefallen sind und teilweise eben auch schon wieder am Ansteigen sind. Was ja auch schon bei sehr vielen PS4-Spielen der Fall ist. Da schaue ich natürlich auch, dass ich dann sage, okay, wenn ich das dann digital einfach für einen 10er oder so kriege, ne, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe auf Steam auch, ich glaube, warte mal, was habe ich, was habe ich digital? Können wir gerade mal nachgucken. Können wir gerade mal nachgucken. Was habe ich hier digital? Auf der Xbox, Full Library, alle, die ich besitze. Knapp 1000 Spiele. Und das, obwohl ich, also meine, meine physische Xbox-Sammlung, also von, von X, von der originalen Xbox bis eben zu, äh, zu den aktuellen Systemen, das werden wahrscheinlich, keine Ahnung, so, von der Sammlung, die ich habe, wahrscheinlich so, sechs, siebenhundert oder so sein. Aber es ist einfach sehr viel Digitales, weil das meiste davon sind eben Spiele, die nur digital sind. Also ich würde mal sagen, von, von den Sachen, die hier drin sind. Ich meine, klar, ich habe dann auch nochmal, wenn irgendwie so ein Assassin's Creed irgendwie für einen Euro, ein, zwei Euro im Sale ist, dann denke ich mir manchmal auch so, ah, okay, dann hole ich mir noch gerne irgendwie eine, eine digitale Variante davon oder so. Ähm, aber das, ich würde mal sagen, so 90 Prozent von den Spielen, die hier aufgelistet sind, das sind eben rein, rein nur digital verfügbare Spiele. Ich habe auf der 360, ich habe auf der 360 irgendwie an die, weil es sind noch mehr, wenn du halt die 360 Spiele mit einbezählst, die einbeziehst, die nicht abwärtskompatibel sind, dann sind es wahrscheinlich so 1100 oder so und die Reihen da drauf, die digital sind, ja. Ja, es ist, es ist, es ist vollkommen, es ist vollkommen egal, so, wie man, wie man möchte. Es sind halt mehr diese, ähm, oh, meine, meine Capture Card ist ausgegangen. So, jetzt ist es wieder drin. Ähm, es ist, es ist nur mehr, wenn, wenn dann irgendwie diese, wenn dann irgendwie so seltsame Argumente kommen, wo ich dann denke, so, so, was ich oft, was ich oft immer höre, ist dieses, äh, ja, auf der Digital kriegst du halt auch die ganzen Sachen im Angebot. Oftmals. Ne, wenn es dann irgendwie kommt, warum holst du dir eine rein digitale Konsole, warum willst du dir nicht lieber mit Laufwerk holen, einfach um die Option zu lassen, die Sachen auch dann günstiger holen zu können. Also, ja, da gibt es ja die ganzen Angebote digital. Also, ja, die kann ich, auf die kann ich ja auch zugreifen, auch wenn ich die meisten, auch wenn ich physische Sachen kaufe, ist halt das, 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 das Maximale. Wenn dir das halt egal, weil, wenn dir das egal ist, ist es ja vollkommen, ist es ja vollkommen fein, aber ich finde das immer seltsam, wenn Leute, äh, argumentieren, dass sie sich eine rein digitale Konsole kaufen, um Geld zu sparen. Weil dann irgendwie die PS5-Version 100 Euro weniger kostet. Und das ist so, wenn dir das, das Sparen, also, wenn dir, wenn es dir wichtig ist, möglichst günstig an Spiele, äh, günstig an Spiele ranzukommen, dann willst du sowohl digital, als auch physisch haben. Und dann eben schauen, wo das, wo du eben die Titel am günstigsten bekommen kannst. So. Zumal du dir dann eben auch Titel versperrst, die du später nicht mehr kaufen kannst, weil, wegen irgendwelchen Lizenzproblemen. So, die du nicht kaufen willst. Die einzige Möglichkeit, eine legale, also, du kannst, klar, aber das kannst du ja jederzeit machen. Dann brauchst du dir gar keine, dann brauchst du theoretisch auch gar keine Spiele kaufen, dann hol dir einfach alles auch. Äh, lad dir das einfach alles so runter. Ist auch fein. I don't care. Aber da ist natürlich auch dann die einzige Möglichkeit, dann, dann physisch darauf zuzugreifen. Ja, ich meine, das ist ja das, was Sony auch momentan gemacht hat. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das die Zukunft für, für Microsoft oder so sein wird. Das ist die, weil es in der Produktion angenehmer ist. Ähm, das ist auch, das ist auch, glaube ich, der hundertprozentig der Grund, warum Sony das gemacht hat. Das ist einfach die, ich meine, die, die aktuelle PS5 sieht sowieso super billig aus. Also, mit dem, mit dem Plastik. Ähm, der Grund, der Grund ist nicht so, oh mein Gott, wir müssen alle Leute jetzt zu digital bringen oder so, sondern mehr, äh, wir machen eine Version und dann machen wir noch ein separates Laufwerk für die Leute, die das haben wollen. Und das ist in der, der Produktion einfach wesentlich günstiger und dann kannst du das, äh, dass das Laufwerk einfach noch zusätzlich da, damit verkaufen oder halt in den Bundle reinpacken. Ich glaube, ich glaube schon, dass das dann die, ähm, die Option sein wird. Und dann, ich meine, dann ist es gut, weil dann können sich auch Leute, die sich vielleicht am Anfang dann gedacht haben, äh, ja, digital, okay, und wenn du dann aber nochmal physisch Sachen dazu haben willst oder auch von Leuten was ausgeliehen bekommst oder so, dann sagst, äh, okay, dann kann ich mir halt noch das Laufwerk dazu holen. Die alten Spider-Man-Games? Ich glaube nicht. Ich würde es mir wünschen, ich würde es mir wünschen, es wäre auch ein super PR-Move für Microsoft, wenn sie, äh, gerade Web of Shadows, was ja so ein, äh, Kultspiel ist, wenn sie das nochmal verfügbar machen würden. Ne, und dann gerade auch, hey, komm doch in den Game Pass und so ein Scheiß. Und ich meine, Spider-Man 2 ist abwärtskompatibel auf der Xbox. Das heißt, da könnten sie dann auch sagen, hey, wir kriegen das, äh, Game Pass hier rein, aber glaube ich einfach nicht. Das ist so ein, das, ich glaube, da denkt Microsoft gar nicht, also das ist in so einer geringen Größe, das ist denen einfach scheißegal. Da denken die nicht nach. Da müsste schon wirklich intern jemand, der in einer höheren Position ist, das müsste schon so ein Passion Project für, für die Person sein. dass das dann vorangetrieben ist. Also, ja, alles klar, okay, du gehst mir so lange auf die, auf die Nüsse, wir kaufen jetzt die, wir klären das irgendwie ab. Aber bei Spider-Man hast du das Problem, ähm, dass da, ich, ja, ich meine, die, die Rechte liegen dann komplett bei Marvel, was die, was die, äh, Sachen betrifft. Aber, ich weiß halt nicht, ob die, wie deren Standing dann mit Sony zusammen ist oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich glaube es einfach nicht. Genau wie wie Transformers Sachen. Ich fände es auch cool, wenn die, äh, wenn Transformers Devastation, wenn Transformers, äh, hier War for Cybertron und das andere, was danach rausgekommen ist mit dem gelben Cover, wenn, wenn die nochmal angeboten werden, das wäre ganz cool. Ich glaube, sehr viele Leute fänden es geil, wenn du die Marvel Ultimate Alliance Spiele nochmal, äh, kaufen und auch im Game Pass spielen könntest. Da sind ja sogar damals, Xbox One und PS4-Versionen erschienen, die dann auch wieder rausgenommen wurden, weil die Lizenz dann irgendwann gefehlt hat. Das wäre halt cool, aber, ja. Ne, James Bond könnten sie, glaube ich, sehr gut punkten. Da gibt es noch ein paar Titel, die, die Leute mögen. Ähm, na und jetzt, und das sind ja auch Spiele, die von Activision rauskamen, die besitzen ja sehr, äh, an sich damit auch. Aber, ich, ich, ich glaube nicht, dass sie es machen für solche Lizenzen. Äh, Nein, das, das Marvel, das, das Marvel, äh, ich weiß nicht, wie deren Standing dann mit Sony ist. So, weil Marvel hat die Lizenzen dran an, äh, an Spider-Man außerhalb der Filme. Aber ich weiß halt nicht, ob in deren, äh, irgendwelchen Verträgen, Abstimmung oder sonst was, noch, noch irgendwie ein Scheiß drin steht, dass dann, äh, äh, Spider-Man-Spiele irgendwie nur noch auf, also nicht irgendwie auf Xbox oder so, selbst alte Sachen oder so nicht mehr darauf rauskommen dürften oder so ein Scheiß. Ich weiß es halt nicht. Ich glaube nicht, aber, kann ich halt nicht wissen. Mit der, mit der Series im Schlafzimmer, äh, mit der S im Schlafzimmer und X im, im Wohnzimmer bringen nur digitale Spiele, was damit ich es quasi überall zocken kann. Äh, ja, aber, mir reichen, ich meine, ich spiele das meiste eben, an der, an der X, ich spiele auf der, an der S sehr gerne abends zum Einschlafen, aber das, was ich zum Einschlafen spiele, das sind, äh, das sind dann eher mehr die, da reichen mir die ganzen Titel aus, die im Game Pass sind oder die ich digital habe. So, ne, da sitze ich dann gerade, so denke ich mir so, okay, äh, bin jetzt irgendwie Suicide Squad am Spielen, wenn ich es jetzt irgendwie digital hätte, könnte ich es auf der Series S unten spielen, aber bei so einem Titel, denke ich mir dann auch, ja, da will ich aber auch lieber die X-Variante einfach spielen. Das heißt, die Titel, die ich auf der S spiele, sind eh schon die kleineren Sachen, wo ich weiß, dass es performance-technisch, da eigentlich, es scheißegal ist, auf welchem System ich das spiele, und das sind dann eh die Sachen, die im Game Pass drin sind, oder die irgendwie reine digitale Spiele sind. also das heißt, da, da gibt es für mich nicht irgendwie die Grenze, so die, die fetten, äh, großen Blockbuster-Sachen, das sind für mich dann eh Sachen, die ich auf der, auf der X eben eher spiele. Äh, benutzt du Emulation, also Microsoft kann da nichts machen, aber sie könnten theoretisch die, äh, die, die, äh, die, die Nutzbarkeit davon einfach ausstellen. Also es ist nicht so, dass sie, dass sie, dass sie dein, dass sie dein Account jetzt irgendwie so, dass, ähm, da ist noch nie was passiert, aber sie könnten theoretisch, äh, diesen, äh, dir, dir nicht mehr erlauben, in diesen Developer-Modus, oder so ein Kram da reinzugehen, oder da, äh, da bestimmte Sachen drauf runterzuladen. Ich benutze das, ich benutze das nicht, weil, ich hab, äh, hier Setups für die originalen Konsolen, ich hab Setups für, Hardware-Emulationen über FPGA, und das ist das, was ich halt lieber mache. Mir, mir ist eine, eine möglichst authentische Erfahrung persönlich einfach wichtiger. Ich spiele viel mehr auf Steam Deck als auf dem PC. Ich wünschte halt, ich wünschte halt, dass es gäbe ein gutes, ein ergonomisches Steam Deck. Deswegen fände ich es zum Beispiel ganz cool, wenn Microsoft auch in eine Handheld eben investieren würde, ähm, auf dem ich dann einfach die PC-Xbox-Titel drauf spielen kann. ne, zum Beispiel auch einfach alles, was ich dann schon digital habe oder im Game Pass eben drin ist, was, wie man sieht, ne, ganze Menge Spiele eben wäre. Auf, auf die ich da, auf die ich da Zugriff habe. Deswegen. Ja, Web of Shadows wäre, wäre auf jeden Fall cool. Also, ich, äh, es gibt halt viele Sachen, wo es so Quick Wins irgendwie geben würde, ja. Aber, ne. Ja, das wäre so krass, wenn das dann auch komplett abwärtskompatibel wäre. Ja, weißt du, wenn du dann auch noch dann die digitalen, ähm, so Xbox One, äh, äh, OG Xbox und Xbox 360 Titel, die du dann digital hast, dass du dir auch noch darauf spielen könntest. Das wäre, das wäre geil. Das wäre wirklich geil, wenn ich einfach sagen könnte, ich könnte, wenn ich so unterwegs auf einem Handheld Panzer Dragoon spielen könnte, Panzer Dragoon Order, oder ich könnte, ähm, Ezra's Wrath darauf spielen, unterwegs. Das wäre, das wäre schon geil. Also, wenn es dann auch eine gewisse Ergonomie hätte, auf jeden Fall. Einfach drei Versionen von Rain World und keine gespielt. das, 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 und dann hatte ich das, dann habe ich gesehen, dass es bei der Xbox auch im Angebot war und ich war so, und auf der Playstation habe ich es, glaube ich, über, über, äh, äh, Essential, glaube ich, habe ich da Zugriff drauf, ja. Aber ich war dann so, ah, ist ein Angebot, dann hole ich es mir dafür nochmal, dann kann ich es da auch spielen. Weil ich dann auch, ich dann auch nicht wusste so, ah, vielleicht möchtest du das dann irgendwie auch abends oder so nochmal einwerfen kurz, mal gucken. Lost Audits, ja, Lost Audits, ich meine, da gibt es halt sehr, da gibt es halt sehr viel, ich weiß nicht, kann ich hier, konntest du nach den, äh, Console Type, na, ist halt, es sind, das sind alleine von den Sachen, die ich jetzt besitze und das sind jetzt nur, das sind jetzt nur die rein digital, ich glaube, es sind auch ein paar installiert, die ich auf Disc habe, aber sagen wir mal, es sind drei, sagen wir einfach mal, es sind 300 rein digitale Spiele, auf die ich da eben Zugriff habe, nur hiervon. Das wäre halt schon geil. Also wenn ich einfach so ein Handheld habe und kann dann drauf Beautiful Katamari spielen, wäre cool. Bisschen Blue Dragon drauf, Breakdown, Cars 2, Ja, ich meine, viele Sachen sind natürlich auch auf dem PC und auf dem Steam Guide verfügbar, aber wie gesagt, so Beautiful Katamari, das wäre dann darüber eine Möglichkeit, das, äh, das nativ da drauf zu spielen. So, Crackdown, Crackdown auf dem Handheld, einfach auf dem Scheißhaus Crackdown spielen, Death by Cube, ich weiß nicht, ob Death by Cube eine PC-Version hat, aber das wäre eigentlich ziemlich cool, auch dann darüber zu spielen. Yeah, Baby, Alter, EDF 3, oh, EDF 3, einfach unterwegs. Ich meine, ich kann es unterwegs spielen, es gibt die Vita-Version, aber die, ähm, ich fände es halt auch cool, den 360-Port zu spielen, auch wenn der halt ne, den Wingdiver nicht hat, aber ich, mache ich mich unbeliebt, wenn ich sage, dass ich den, dass ich den normalen Soldaten lieber spiele als den Wingdiver. Also, Wingdiver ist für mich eigentlich immer zweiter Durchgang. Das wäre eigentlich schon ganz, also ich glaube, fast allein, ich glaube, das würde sich für mich irgendwie schon, klar, es kommt natürlich auf, auf, ich glaube, der Preis würde eben hier erstmal, äh, Strich durch die Rechnung machen, dass selbst wenn ich es haben möchte, es erstmal nicht kaufen kann, aber, da gibt es einfach noch sehr viel, sehr viel Kram, der, der cool wäre, da entweder nochmal drauf zu spielen, oder, äh, endlich mal nachzuholen, die, ne, die ich, die ich auch gar nicht irgendwie durchgespielt habe. Endlich unterwegs Silent Hill 2 HD spielen, Leute. Let's fucking go. Ja. Ach stimmt, ach stimmt, Switch hat ja auch eine EDF3 Version gekriegt. Aber, war das, das war, war das nur in Japan? Oh, Split Second. Oh, Split Second, my beloved. Trotz absolut beschissenem Rubberbanding. Ich habe einfach diese ganzen Star Wars Spiele, weil die bei, ähm, Games with Gold irgendwie mal dabei waren, immer. So, sehr, sehr viele von diesen originalen Xbox Spielen, das sind keine Sachen, die ich gekauft habe, die waren einfach, äh, drin verfügbar. Ich glaube, Undertow war damals kostenlos. Endlich mal versuchen, Virtual On zu verstehen. Ja, ne, Son of the Enders für unterwegs. Das wäre schon, ich fände es, ich fände es nicht verkehrt, ich fände es nicht verkehrt. Wie gesagt, ich glaube, das, was sie, das, was sie mit Hardware gemeint haben, ähm, ist wahrscheinlich diese, diese Streamingbox, weil davon wissen wir ja, dass sie daran gearbeitet haben. Das wäre jetzt auch nichts so super Neues. Aber, aber, aber cool wäre, finde ich halt, so eine Hand, so ein Handheld eben auch zu haben. Für eben meine, meine Xbox und die PC-Spiele da drauf. Und eine, eine Version, die vielleicht ein bisschen angenehmer zu bedienen ist. Für auch Leute wie mich. Lohnt es sich jetzt noch, für die Xbox 360 anzufangen zu sammeln? Oder ist es zu teuer? Äh, es kommt drauf an, was du haben willst, aber, der durchschnittliche Preis ist noch, ist noch relativ, ist noch relativ gut. Also, du bekommst auch die meisten, ähm, Klassiker immer noch für einen sehr guten Preis. Es fängt nur, auf jeden Fall langsam an, bei, bei so den exklusiven Sachen auf der Konsole, die eben auch so Kult-Klassiker sind, da musst du halt schon für sehr viele Titel 30, 40 Euro zahlen. Na, ist noch weit davon entfernt, irgendwie Gamecube oder, oder Playstation 2 Niveau zu erreichen, aber es, es ist auf jeden Fall am, am steigen. Also, ich merke da auch, ich wollte zum Beispiel, es gibt ein einziges Guitar Hero Spiel, was mir in meiner Sammlung fehlt. und das ist ausgerechnet das fucking teuerste. Das ist, äh, Smash Hits, was bei uns, glaube ich, Greatest Hits in Europa hieß. Und da eine Version zu finden, für die du weniger als 50 Euro zahlen musst, ich dachte eigentlich, die, die hätten, keiner hätte mehr daran Interesse, die wurden damals hinterhergeschmissen, aber ich glaube, die Auflage bei, bei Smash Hits war einfach so gering. Ansonsten habe ich die alle. Ansonsten habe ich die, die Guitar Hero 2 bis 5, äh, 2 bis, 2 bis 6. Äh, Warriors of Rock war ja das, das ist der letzte Mainline-Titel. Äh, ich habe die, äh, ich habe Band Hero, ich habe Aerosmith, ich habe Metallica, ich habe Van Halen. Und ich glaube, das müsste es an den Guitar Hero Spin-Offs gewesen sein. Also, die Rock Band Sachen, die habe ich alle. So, Rock Band Green Day, ähm, die beiden, die Band Packs, äh, Beatles, äh, Rock Band 1 bis 3, äh, Lego Rock Band, die habe ich, glaube ich, alle hier. Aber halt dieses fucking Smash Hits, das ist das einzige von den Scheißdingern, das irgendwie über, überhaupt über 20, 30 Euro kostet. Ja, ich meine, eine gemoddete Xbox, also wenn du, wenn man die Sachen jetzt nicht physisch sammeln möchte, sondern es geht hier darum, einfach Xbox 360 zu spielen, dann ja, das, was sie halt gesagt hat. Dann ist eine gemoddete Xbox 360 das Beste, was du machen kannst. Zumal du dann eben auch Zugriff auf die ganzen Spiele hast, die delistet wurden. Also eben auch die digitalen Spiele, die du gar nicht kaufen kannst, irgendwo, wenn du es, wenn du es, selbst wenn du es möchtest. Also wenn du ein Bungi O, HD Missile Fury, äh, spielen möchtest, dann brauchst du eine gemoddete Xbox 360, anders, anders kannst du das gar nicht mehr spielen. Das ist nirgendwo, äh, das wurde ja auch nicht mal auf einem anderen System irgendwie released. Und ich gehe nicht davon aus, dass, äh, dass solche Nischentitel sehr gut über Xbox 360-Emulatoren laufen oder auch in Zukunft irgendwo laufen werden. Björn, wann kommt, wann kommt der Crash aus zu, äh, das, das, das mache ich, das mache ich irgendwann mit, mit Robin mache ich eine Lecture da drüber. Ah. Ja, also ich, ich meine, ich mag das, äh, eben auch eine offizielle Sammlung zu haben, aber, ja, bei der 360 bin ich jetzt auch so, ich werde, weil, die Sache ist, dass du, wenn du die Spiele mit deinem Xbox-Account spielen möchtest, dann musst du sie eben auch legal kaufen und besitzen. Weil deine gemoddete Konsole, die, damit gehst du, damit gehst du einfach nicht mehr mit einem Profil online. Weil das wird dann einfach instant gebannt. Das heißt, wenn es dir zum Beispiel wichtig ist, diese Spiele auch auf deiner offiziellen, äh, auf deinem offiziellen Profil zu haben oder dann eben die Erfolge zu holen, äh, dann brauchst du, ne, auch jetzt bei den digitalen Spielen, die jetzt verfügbar sind, dann musst du diese entweder jetzt noch kaufen oder halt mit Workarounds, dass dir jemand, der das Spiel gekauft hat, das, also das geht auch. Ähm, das habe ich auch schon mit Leuten mal, mal gemacht. die da halt sehr hardcore, äh, sind, äh, alle Spiele eben zumindest irgendwie auf ihrem Profil oder so drauf zu haben. Äh, da kannst du dann auf einem USB-Stick sowohl deinen Account als auch den, das Spiel dann drauf packen und mitgeben. Und dann kann das auf einer anderen, äh, auf einer anderen, äh, äh, abgespielt werden, solange dieses Profil, ähm, darauf eben auch angemeldet ist. dann kannst du es mit einem, mit einem anderen Account eben auch, äh, auch darüber spielen. Das ist dann theoretisch, das ist dann theoretisch noch möglich, aber es ist halt super pain in the ass. Aber wie gesagt, das ist nur relevant, wenn man das auf seiner, auf dem offiziellen Account irgendwie haben möchte. Und ich weiß, das sind, das sind halt nur so Leute wie ich, die so einen Dachschaden haben. Mein größtes Problem beim Gebrauchkauf, Xbox, es gibt so unfassbar viele unterschiedliche Modelle. Es gibt drei unterschiedliche Modelle. Es gibt die, du hast die Xbox 360, du hast die, äh, du hast die Slim und du hast die Model E. Und solange du bei der, äh, bei der originalen Xbox wirst du wahrscheinlich kaum noch Geräte finden, die aus der Anfangszeit sind, die halt das, äh, Überhitzungsproblem haben. Und, ich würde generell empfehlen, einfach eine Slim zu holen. Bei der, bei der Xbox, äh, bei der Xbox 360. Da bist du dir sicher, dass es keine Überhitzungsprobleme gibt. Und, äh, ich meine, es gäbe irgendein Problem, ich weiß, ich bin nicht mehr zu 100% sicher, ich meine, es gäbe irgendein Problem bei der Model E-Konsole. Ich bin aber nicht mehr, also jetzt abseits von dem, was ich, äh, das Video, was ich dazu gemacht habe. Ähm, deswegen mit, na, mit einer Slim bist du auf jeden Fall am besten beraten. Bei der Slim gibt es aber auch noch irgendwie drei Revisionen. Gibt es da irgendeine, die explizit irgendwie besser oder schlechter wäre? Also, es kann natürlich sein, aber ich hatte jetzt, ich habe jetzt zumindest nichts im Gedächtnis, was da, dass da irgendwas gab, wo du halt tierisch irgendwie drauf aufpassen müsstest. Ich werde wahrscheinlich alle drei in irgendeiner Form haben. Einfach, weil ich, weil ich so viel Xbox 360 Konsolen besitze. Äh, das ist, ich müsste, also ich habe eine, die ist defekt, das ist meine allererste, die hat dann, ich glaube, nachdem die den dritten Red Ring of Death hatte, konnte die auch nicht mehr repariert werden. Aber ansonsten, die restlichen Konsolen, die ich noch alle habe, die funktionieren, das müssten eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, glaube ich, sein. Sechs oder sieben insgesamt. Und davon sind eins, zwei, äh, sind drei oder vier, sind eben eine Slim-Variante. Ich glaube, eine war auf jeden Fall, war irgendeine, weil das das Problem, das das Problem an der, an der Hitze war ja auch, ähm, dem Design. Das ist eh so lustig, dass das Design von der originalen Xbox 360, das wurde von Japan designt. Das, das Design der Konsole und auch die Farbe war explizit, äh, von, von, ähm, Microsoft, äh, Xbox Japan designt, um eben dort besser Fuß fassen zu können. Weil sie, weil sie ja bei der originalen Xbox vollkommen versagt haben. Und das Design war dann eben auch, ähm, einer, einer der Gründe, warum es dann, also, äh, warum es dann teilweise weniger Platz gab, warum es dann auch dann, äh, den, diesen, diesen grundlegenden Hardware-Fehler dann eben auch mitgab. Und ich meine eigentlich, ich meine, der wurde ja bei späteren Revisionen gelöst und ich glaube, bei der Slim-Variante war das dann gar kein Problem mehr. Aber ich, also mir ist noch keine, noch keine abgeraucht von denen, die ich habe. Und ich habe, glaube ich, bei der Slim auch noch nie irgendwie von einem, von einem Rot oder so gehört. Ich meine, das hat auch damals super geklappt. Die 360 war super erfolgreich in Japan. Aber die hatten das auch, äh, die hatten das auch dann eben denen überlassen. Das heißt, die 360 hatte, ähm, die 360 hatte sehr viele für den japanischen Markt wichtige Spiele. So, du hattest super viele JRPGs, waren exklusiv auf dem Gerät die ersten Jahre. Du hattest, äh, eigene Produktionen wie Blue Dragon, Lost Odyssey, dann hattest du Exklusivtitel bekommen, die dann später erst portiert wurden, wie einen Eternal Sonata, äh, ich meine, Infinite Discovery ist zum Beispiel bis heute exklusiv geblieben. Die Next-Gen-Versionen von Spielen, die auch auf der PlayStation 2 rausgekommen sind, äh, wie Phantasy Star Universe und Magna Carta 2. Da waren die Next-Gen-Varianten exklusiv auf der 360. Äh, du hattest Spiele wie, ähm, Last Remnant, was erst mit der PS4-Variante auf PlayStation gekommen ist. Also da war, äh, Tales of, Tales of Vesperia ist Xbox-exklusiv gewesen am Anfang. Ähm, plus eben auch nochmal sehr viele Japan-exklusiven Spiele. Die kompletten Schmapp-Titel sind da drauf rausgekommen. Die ganzen Visual Novels sind drauf rausgekommen. Äh, Steins Gate war damals Xbox-exklusiv, als das erschienen ist. Das, das hatte da seinen Start und ist erfolgreich gewesen. Und da haben sie sich irgendwann von, von abgewendet und keinen Fokus mehr draufgelegt, weil, ne, auch der ganze andere Rest hat ja funktioniert und jetzt ist alles Kinect und die Casual Crowd und blablabla und ja, wir wissen ja alle, wohin das dann geführt hat. Wie, war das nicht so, dass sie den, den, den Red Ring of Death bei der Slim rausgemacht haben aus Gründen? Was meinst du rausgemacht? Also das, das ist, das ist ein, ein Fehler gewesen, den sie auch schon bei den normalen Xbox 360, äh, Editionen später, später gelöst haben. Also ich glaube, das ist so, wenn du, selbst wenn du eine Standard Xbox so ab zwei, ich glaube so ab 2.8 oder so gekauft hast, dann war das dann nicht mehr das Problem. Also ich meine, die, die 360 ist halt aus der, es ist für mich halt auch so nostalgisch einfach ne, äh, ne super spezielle und wichtige Konsole einfach, weil ich da so viel, weil ich da einfach so viel fucking Titel drauf gespielt habe. Das war eben so die erste Konsole, wo ich auch gelernt habe, dass ich nicht auf diese, ne, ich meine okay, dass das war auch, die Spiele sind generell leichter geworden zu bekommen, du hattest dann auch endlich die ganzen Indie-Titel, zu dem Zeitpunkt ist es wesentlich einfacher, äh, du hattest einen wesentlich stärkeren Gebrauchtmarkt eben auch, das heißt, du bist leichter an Spiele gekommen, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch das erste Mal dann einen Nebenjob und später einen Job und konnte mir eben Sachen kaufen und das, das war dann so das System, wo ich auch mal abseits dieser, äh, ne, so 85 plus bewertenden Spiele einfach Dinge gekauft habe, basierend, oh, das sieht irgendwie interessant aus, das sieht cool aus und hab einfach wesentlich mehr, mehr Sachen kennengelernt, wesentlich mehr Sachen gespielt. Ich war in der, ich war super stark in der kompletten, äh, Xbox-Community, also so auch der ganzen Achievement-Community drin, sowohl in Deutschland, im, ähm, Xbox, äh, hier im Gamer-Forum, äh, Gamerscore-Forum, äh, als auch, äh, X360a, beziehungsweise dann True Achievement, als das aufkam. Also da war ich halt super stark drin, in dem ganzen, äh, in dem ganzen Teil. Und ich hab so während der Generation außerhalb von Exklusiv-Titeln nichts, also keine Ahnung, ich hab wirklich so 95 Prozent meiner Zeit, wahrscheinlich sogar noch mehr, in der Generation hab ich auf der 360 verbracht. So Wii hab ich nur noch so das gespielt, was dann nachher von Nintendo irgendwie First-Party rauskam, PS3 hab ich vielleicht, während, also während die Konsole aktiv war, hab ich auf der PS3 vielleicht 15 Spiele insgesamt gespielt. Und der Rest war einfach alles Xbox 360, also ja, das ist, das ist für mich einfach, glaub ich, so neben dem Gamecube das System, wo ich, wo ich die, die stärkste Verbindung eben auch zu habe. Und es ist mit Abstand das System, wo ich die meisten Spiele besitze. also sowohl, also physisch auf jeden Fall und wenn ich da noch die digitalen Sachen hinzuzähle, also das sind ja alleine hier sind es ja 300, ich mein, klar, das sind jetzt auch OG Xbox mit dabei, aber ich hab noch auf der Xbox 360 noch locker 100 weitere Spiele, die, die nicht auf der, die nicht abwärtskompatibel sind auf der, auf der Xbox One. Das heißt, ich hab so, sagen wir mal so, 400 digitale Xbox 360 Spiele und dann nochmal plus irgendwie locker 400 physische oder so. Also für die 360. Also das ist mit Abstand die, der, der, der Großteil meiner Sammlung. Oh, Lilly, guten Abend. Oh, Leute, es ist schon halb, oh Gott, es ist halb elf. Es ist halb elf, Papa muss noch ein Video aufnehmen. Ich würde eigentlich gerne noch weiter, ich würde eigentlich gerne noch weiterreden. Ich würde eigentlich noch gerne noch, noch weiter ein bisschen über den ganzen Kram quatschen. Aber ich glaube, wir sind schon sehr weit von dem eigentlichen Xbox Event abgedriftet. Von der eigentlichen Sache hier. Deswegen, ich glaube, das wäre in der Zeit, ich werde jetzt, ich werde jetzt nicht das ganze Video noch irgendwie schneiden, aber ich fände es jetzt, ich glaube, ich würde jetzt einfach noch die, die Audio zumindest aufnehmen und dann ins Bett und dann pennen gehen und dann morgen die, das Video dann einfach schneiden, nachdem ich aufstehe. Ich glaube, das wäre die, die bessere Variante. Ja, ich glaube, ich weiß ja nicht, ob in dem Video für morgen dann großartig was anderes gesagt wird, als ich das hier jetzt im Verlauf des Podcasts, als ich das jetzt hier im Verlauf des Livestreams gemacht habe. Aber nochmal ein bisschen kompakter, vielleicht, ich sehe mir, ich sehe mir, glaube ich, nochmal gleich ein paar andere, sowas andere Leute auch dazu zu sagen haben, irgendwelche Facetten oder Aspekte, die ich jetzt nicht beachtet habe, auch im Kontext von dem, was eben explizit genannt wurde. Aber ja, es glaube ich mal, es glaube ich mal ganz gut, wenn ich einen Tag, ich habe, wie gesagt, ich habe letzte Nacht zwei Stunden geschlafen. Es wäre, glaube ich, es wäre, glaube ich, gut, wenn ich, wenn ich heute vor, vor zwei, drei Uhr nachts irgendwie pennen gehe. Deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank auf jeden Fall für alle Leute, die da waren. Vielen, vielen Dank für die, für die, für die rege Unterhaltung. hier auch drin, das war, das war sehr schön. Auch für Leute, die natürlich eine konträre Meinung haben, ist immer, bei solchen Sachen ist das vollkommen, das ist das Angenehme, weißt du, bei, bei solchen Themen, da kann man sich auch einfach mal ein bisschen streiten, da kann man sich auch einfach mal ein bisschen zopfen, das sind einfach Sachen, das ist im Ende, das ist dann letztendlich auch scheißegal. Das ist einfach, das ist einfach schön. Da kann man sich auch mal richtig, richtig schön uneinig sein, ohne dass es um, um irgendwas, irgendwas Fundamentales oder, oder Wichtiges geht. Ah, das macht, äh, das gefällt sowieso immer. Ich weiß nicht, ob ich, wann ich morgen, äh, live sein werde, oder ob, weil ich wollte eigentlich nochmal, das wollte ich letzte Woche schon getan haben, ich wollte endlich mal wieder Spec Ops spielen, um auch nochmal so ein kleines Video drüber zu machen, weil das ja nicht mehr verfügbar ist. Ich hab mir tatsächlich, ich hab mir tatsächlich, ne, ähm, die müsste eigentlich installiert sein. Wo, wo hab ich sie, meine Shooter? Ja, ich hab mir extra, äh, nachdem's, äh, nachdem's vom Store genommen wurde, hab ich, äh, schnell nach einer, nach dem günstigen Steam Key, ähm, gesucht und hab noch irgendwie einen für so ein paar, für ein paar Euro irgendwie gefunden gehabt. Ähm, das heißt, dann werde ich, dann, ich versuch dann mal, äh, ich hoffe, dass die dann irgendwie gut läuft, ich glaub, so als ein Spiel aus der 360 Ära sollte das, sollte das eigentlich hier überhaupt kein Problem sein. Äh, einfach mal so ein bisschen, ein paar Stunden irgendwie reinspielen, über das Spiel reden, weil dafür, dass das für mich so viel, so ein wichtiges Spiel ist, dafür, dass mein, mein Name davon abgeleitet ist, hab ich noch nie in irgendeiner Kapazität die letzten neun Jahre über das Ding geredet, außer hier und da mal was gesagt. Ich glaub, ich hab auf Eurogamer damals einen, naja, keinen Artikel über das Spiel geredet. Ich hab halt das mit, mit den einen, mit den einen Artikel irgendwie mal reingepackt oder so. Und ich dachte, weißt du, jetzt wo es irgendwie aus den ganzen digitalen Stores verschwunden ist, jetzt wo wahrscheinlich auch die physischen Preise für die, äh, 360 und, ähm, PS3-Version in die Höhe schießen werden, dachte ich, wär's vielleicht mal ganz gut, darüber zu reden. Das wären, das, das hätte ich, das hätte einfach jetzt noch reingemusst. Ja, ich hatte auch gesehen, dass es auf, auf GOG war, aber ich bin halt auch so ein, so ein Steam-Sklave, leider. Das, ich mag das, ich mag das einfach alles in so einer Bibliothek drin zu haben. in so einer digitalen, und ich weiß, dass du auch sachexterne Dinge hinzufügen kannst, aber irgendwie, ich mag das, wenn das dann auch in dem Hub und alles integriert ist. So, ich geb das, ich geb das auch voll offen zu, dass das nicht das Rationalste ist oder so, ähm, aber ich, ich versteh da auch genau deswegen Leute, die dann immer sagen, nee, mir ist es wichtig, dass ich irgendwie alles auf Steam habe, ja. Ähm. Ja. Deswegen. Also ich mein, ich würde deswegen niemals rumheulen, oder so, wenn ich halt irgendwas wirklich spielen will und das ist nur auf einer anderen Plattform, dann würde ich es auf dem Epic Store kaufen oder bei GOG, ich mein, bei den alten Spielen muss ich sowieso auf GOG zugreifen, so gibt's a shit. Ähm, aber wenn ich's, wenn, wenn es, wenn es auf Steam spielbar ist, dann bin ich halt auch so, dann würde ich's auch gerne in der einen großen Bibliothek haben, ja. PC Bros müssen mehr gemobbt werden. Da geh ich auf jeden Fall natürlich einher, ja, ja. Die Neurodivergency geht crazy. Darauf schiebe ich das auch. Das ist gut. Deswegen sich darüber, sich dann darüber zu, drüber lustig zu machen, äh, dass ich hier drauf bin, das ist, das ist wieder Ableism. Ja, so-called free thinkers. Oh. Wenn, wenn jetzt, wenn jetzt Final Fantasy 7 Rebirth erstmal wieder nur bei Epic irgendwie rauskommt, nächstes Jahr die PC-Version. Ich warte, bis die PC-Version kommt. Ich warte, bis die Steam-Version kommt. Äh. Okay, Leute. Okay, so, bevor ich jetzt noch, bevor ich jetzt noch mehr, mehr Zeit reinballer, äh, mach ich an der Stelle Schluss, ne. Deswegen, ich hoffe morgen irgendwann, vielleicht schaffe ich's für, für 16, 17, 18 Uhr oder so. Äh, notfalls würde ich's nochmal auf Samstagabend verschieben. Das werde ich dann, äh, morgen sehen, weil ich muss eben noch durch Alisa kommen, um für, weil wir Samstag die Aufnahme für Inkribben haben. Das muss ich dann noch durchspielen. Deswegen, das mach ich davon so ein bisschen abhängig. Und, äh, ja, falls ihr's nicht gesehen haben solltet, ist, ist das, äh, es ist die Review zu Tomb Raider Remaster 1 bis 3 rausgekommen auf dem Zweitkanal. Ich hab nochmal über die aktuelle Sony Situation, möchte man das so nennen, äh, gesprochen, falls ihr das nicht gesehen haben solltet, schaut euch das gerne an. Morgen kommt dann, wie gesagt, nochmal so von, ne, ne Zusammenfassung von der ganzen Xbox, äh, Gequatsche heute. Und noch ne, noch ein Ersteindruck zu Helldivers 2. Äh, der ist schon, der ist schon fertig. Der ist, der ist schon hochgeladen. Der wartet einfach nur darauf, freigeschaltet zu werden. Äh, für alle Leute, die bei Steady sind, das ist da schon verfügbar seit heute Nachmittag auch. Ja, äh, das soll jetzt soweit gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ist noch irgendjemand gerade im, im Stream live? Kann ich noch, das ist immer so die, die Sache, ich, ich stream immer, immer bis zu spät, dass irgendwie nur irgendwelche Amis noch, äh, noch irgendwie online sind. Ja, Baby, oh, wieder Helldivers. Gestern, gestern Helldivers. Yeah, alle mal zum, alle, alle mal zum Matthias nachfragen, was er vom Xbox-Event gehalten hat. Oh, das würde ich mir, das würde, ich meine, die werden das wahrscheinlich beim, äh, beim Controller-Poesie, äh, Podcast besprechen. Aber alle mal schönen Gruß an Matthias ausrichten. Und auch wieder an Helldivers 2. Gestern Simon, Helldivers 2. Heute Matthias, Helldivers 2. Das ist hervorragend. Ähm, ne Leute, denkt dran, für die Demokratie, ich, äh, Helldivers 2 ist super. Für mich bisher, vielleicht das beste Spiel des Jahres. Ich weiß, wir sind erst im Februar, aber es gab ein paar große Banger mit Prince of Persia und Infinite Wealth und Helldivers 2 definitiv ganz weit oben. Äh, für euch dann noch einen, noch einen schönen Abend, hoffentlich bis morgen. Und ansonsten, äh, ja, Samstag oder wann auch immer. Ihr wisst ja, ihr wisst, wo ihr mich findet. Online zumindest hoffentlich. 88, schwierig. Schwierig. Ja, Vielen Dank. Vielen Dank.